ist leider gibt schon ewig keine karten mehr komplett ausverkauft und mein neuer einfach so was geht dann auch an dem wochenende los ja heute mal die zeitlose frage bin ich ja habe ich denn die issues oder bin ich womöglich ein sugar baby und ja sehr spannende frage ich finde hallo christian danke für deinen bereichern den videos sowie das input der voranbringt ich habe ein thema was vielleicht einige betrifft man braucht solche fragen stellen wir jetzt geht um ein formular auf liebe schiff punkt e wurde auch übrigens vergesse ich auch mal wieder zu sagen doch hervorragende tests da umsonst wenn ich mal testen willst ja ich habe eine on off beziehung mit meinem ex gut ich meine das thema lassen wir außen vor aus meiner sicht on off nicht kompatibel ja ist zwar spannend und garantiert hohen hohe dopamin spitzen und action und thrill und drama und ja aber ja lässt sich in der regel nicht auflösen und aber das lasse das thema lassen wollen wir einmal außen vor ich bin in den zwanzigern und erst gerade 40 er war noch nie verheiratet keine kinder und längste beziehung bei ihm ging ein jahr schon wieder so eine ich wollte heute mal nicht drüber sprechen aber schon wieder so eine rote flaggen parade was jetzt nicht heißt dass ich immer wieder ist mit leuten irgendwas falsch stimmt die noch nie längere beziehungen hatten totalen ordnung es nimmt immer mehr zu nur wenn ich selber eine andere wenn ich selber eine stabile beziehung führen will und das plane dann ist das vielleicht suboptimal das ist alles also das vielleicht besser das ist so als wenn du sagst ich mich gern surfen lernen und nach ist egal lassen wir uns mal mit dem vergleichen aber es macht einfach keinen sinn wenn ich selber sage ich möchte gern langfristig beziehung führen falls das so bei dir der fall ist macht keinen sinn jemanden zu daten das noch nie gemacht hat bis 40 wenn der jetzt auch anfang 20 okay vor allem was heißt ja ein jahr wahrscheinlich gegen die beziehung weiß ich nicht sechs monate und dann noch 400 on off und naja er wollte mich von anfang an sehr und ich ihn nicht erst zu weiblich und ich habe kaum sexuelle anziehung für ihn weil ich will mir einmal was anderes reden aber ich kann es ganz ehrlich ist es einfach aus seiner sicht rote flaggen parade also das ist wirklich es ist so als wenn du dir jemand sagt du musst fußball spielen aber du du magst keine bälle du magst keine toure du magst kein fußballfeld du magst keinen mannschaftssport du magst kein bewegungssport und dann sagst dann fragst du dich warum will ich unbedingt fußball spielen ja weiß man nicht ich bin eher bindungsängstlich und er totalen plus wohl und verlustangst so jetzt auch wie gesagt könnten wir alles wieder auf üblicher weise aufziehen aber wir gehen heute mal auf das andere thema er hat mich sehr finanziell unterstützt mit meinem studium mein vater hatte damals nicht mehr unterhalb von mich gezahlt weil er meinte ich wäre nicht seine tochter bis der vaterschaftstest was anderes sagt ja gut dass du dich da durchgesetzt hast deshalb suche ich mir glaube ich männer mit geld die meinen kleinen mädchen das geben was ihr gefehlt hat ja könnte man jetzt sagen jetzt natürlich nicht geld gefällt dem kleinen mädchen fehlt natürlich kein geld aber ich denke ich weiß was du meinst aber auch das emotionale gab mir meinen ex fürsorglich liebevoll ok und vor allen dingen immer unterstützen für mich wird immer klarer dass das keine erwachsene beziehung ist sondern abhängigkeit und die suche nach papa ja das ist ja immer was immer so gemeint ist mit daddy issues und ist ein schwieriges thema ist nicht so leicht wie man denkt mein gott wie viele menschen wachsen vaterlos auf das einfach wahnsinn habe die zeit im kopf aber es klappt es bestimmt 30 40 prozent könnte ich mir vorstellen und gut ja es ist ja nichts ungewöhnlich ist einfach schon normal klar können wir nicht sagen haben die jetzt alle der die issues weiß ich nicht kann sein es gibt auf jeden fall forschungen dass es glaube männer ohne vater fülle von problemen haben frauen wahrscheinlich auch also dass es nicht optimal ist klar aber man muss ja auch eine andere sache angucken und die man nicht welt ist ja gerade hier diese ganze evolutionsliteratur für mein viertes buch und ja da gibt es gar keinen zweifel daran dass wir menschen halt sexualstrategien haben und die differieren halt zwischen männern und frauen so das sind natürlich immer so mittelwert unterschied das kann für den einzelnen natürlich was anderes heißen aber so mittel mehr mittel wert suchen frauen also ganz viele sachen sind auch gleich aber wo die geschlechter unterschiedlich sind dass das frauen halt ja sehr stark versorgung suchen status warum nicht übrigens selbst frauen die selber reich suchen männer die hoch im status sind warum weil das ja es ist eben eine eingepflanzte sexualstrategie weil das eben ich meine wir sind ja mal gerade 10.000 jahre sesshaft und davor ja ging es eben darum ja frauen können halt ihr nachwuchs nicht alleine durchbringen ich meine der mensch menschlichen kinder kommen extremst unentwickelt auf die welt hat auch mit dem aufrechten gang zu tun dass das becken so klein ist und so weiter also das ist nun mal so das geht jetzt nicht nur dir so und für männer ist es halt das tendenziell jüngere frauen zumindest jünger als sie selber daten häufig gesagt auch das ist ein weites feld von drei jahre jünger bis jetzt hier weiß ich nicht 15 jahre jünger oder noch mehr insofern muss man auch sagen dass ihr natürlich teilweise einfach diese gängigen sexualstrategien hier erfüllt und ja was vielleicht mehr beziehung eine rolle spielt als man denkt und also diesen diesen austausch zwischen ja irgendwelchen formen von körperlichkeiten und irgendwelchen formen von ressourcen gibt es wahrscheinlich seit anbeginn der menschheit und ich meine ich bin ja nicht das bundes moral ministerium und das muss letzten endes du wissen ob das machen willst aber nicht aber wir haben sehen ja hier wieder so eine absolute fucking rote flaggen parade wenn jetzt trotzdem mit dem mann zusammen bleiben willst dann sind es entweder bindungsthemen die die haben ja auch ins gesicht springen konnten hier so dass er diese typische plus minus beziehung habt noch das on office ja letztlich ein ausdruck davon oder ja es ist halt tatsächlich auf das geld nicht verzichten und wie gesagt ich bin ich das bundes moralministerium muss jeder selber wissen nur dann muss also wenn ihr sonne ich sag's jetzt mal ganz brutal so eine sugar daddy beziehung habt da muss das halt beiden klar sein da muss es halt beiden klar sein dass es das ist und da muss auch klar definiert werden was wird gegen was getauscht irgendwie so was da keiner unzufrieden ist kann jeder machen was er will solange niemand anders weh tut und einschränkt damit irgendwie und wenn ihr jetzt sagt aber ich glaube du willst das nicht aber wenn ihr jetzt sagen würdet du zeichst mich jetzt hier schön weiter und ja ich bleibe dafür mit dir zusammen und du kriegst vielleicht deine bedürfnisse befriedigt ja mein gott seid erwachsene menschen nur wie gesagt dann muss man es auch ganz klar so benennen und nicht so tun als wenn es irgendwie eine emotionale geschichte wäre ich liebe ihn nicht aber wenn ich mich trenne kämpft er so lange bis ich doch wieder zu ihm komme ja gut die einer seite wie gesagt sind natürlich diese bindungsstile und das ist natürlich viele müsste ich auch mal wieder drüber zu machen ich habe wirklich das gefühl dass viele bildungsängster sind eigentlich verlustängstler und umgekehrt sind viele nach außen verlustängstler eigentlich und ja befriedigt sicherlich ein bedürfnis bei dir dass er nicht geht so dass er nicht geht es immer wieder kommen dass du kannst du schlecht behandeln wie du willst immer wieder steht da vor der tür und das gibt vielleicht deinem bindungssystem so eine schräge sicherheit auch jenseits des geldes und ja ist jetzt menschlich nicht ungewöhnlich ich meine es ist immer schwer sich zu trennen weil man unterschätzt häufig was möglich ist wenn man sich trennt und überschätzt das was man hat so aber ja es muss muss letztlich du wissen ich muss mich befreien aber ich weiß nicht wie siehst du die ganze thematik ja wie gesagt ist natürlich immer schwierig also nur das gefühl hast boah da sind jetzt irgendwie so total krasse biografische themen ja dann macht man halt vielleicht mal eine therapie aber gut ich wirklich auch nicht jetzt von heute auf morgen irgendwie und muss man erst so einen kriegen und ich weiß nicht was und bis dahin ja ich meine würde ich mal schon mal aufschreiben einfach was ist denn jetzt was ist denn jetzt wirklich der mehrwert davon irgendwie und was für ängste habe ich unsere ängste realistisch und was ist hier überhaupt finanziell unterstützt werden wollen was sind hier bindungsthemen was ist hier eine ganz allgemeine angst vor trennung weil mal ganz ehrlich ich meine man kann diese menschlichen sexualstrategien auch erfüllen ohne dass der mann ein finanziert von vorn und siten du kannst auch sagen hey ich stehe also man kann das ja psychologisch moderieren so das ganze ne ich kann sagen ja ich stehe auf männer die fest im leben stehen das von vielen frauen die meisten frauen und trotzdem möchte auf eigenen beinen stehen möchte nicht abhängig sein von jemand und was nicht nehmen dann lieber bafög und da gibt es ja lösungen so ne aber wie gesagt ihr könnt da so ein sugar der die geschichte machen ob das jetzt so gut ist für die psyche würde ich mal so ein gewisses fragezeichen dran machen und wenn du meinst du brauchst das unbedingt warum suchst du da nicht jemand man ich sehe mich ja immer so als high performance coach was beziehungen geht klar es klappt nicht immer alles aber warum suchst du dir nicht jemand der dich meinetwegen finanziert und den du aber hot findest und den du respektierst irgendwie weil du respektierst den gar nicht mehr also ich vermute mal dass der sehr plusbolig co-abhängig ist und schmeißt dir die kohle hinterher weil er denkt er wird dann geliebt also das ist ja die andere seite dass dadurch dass er scheinbar keine grenzen hat klar befriedigt vielleicht irgend so ein bindungsbedürfnis bei dir aber so von der weiblichen polarität her fakta ich einfach total ab und das wird nicht besser werden ja dann schreibst du noch übrigens der kurse wo dating an der polarität war grandios ja das ist gerade einer meiner meist gekauftesten kurse findet ihr auf gibt es einen speziell für männer oder sagen wir mal gender korrekt menschen in der männlichen polarität und einen für frauen oder menschen in der weiblichen polarität und ich setze mich jetzt mal wieder an schreibtisch und schreibt mein buch weiter und vielleicht sehen wir uns auf der lesung und bis bald